Und er sieht sie, wie sie im Garten ist. Ihre Wäsche aufhängt und es sieht sehr dekorativ aus, wie sie sich nach der Leine reckt. Und dann fasst er sich ein Herz und spricht sie an und sagt, du musst doch gar nicht selber arbeiten, hast genügend Gold und Silber und Bedienstete, die das für dich tun und Schiffe, die übers Meer für dich fahren. Also zu deinem Glück fehlt dir doch einfach nur so ein hübscher junger Mann wie ich. Und was sie darauf erwidert hat, ist dem Lied nicht überliefert. Allerdings, wenn Wäsche lange in der Sonne gehangen hat, muss sie von dem Bügeln immer etwas angefeuchtet werden, insbesondere, wenn es nicht regnet. Und dann sind die beiden mit einem Krug zum Brunnen gegangen, um Wasser zu holen. Und auf dem Rückweg vom Brunnen sind sie auf der Wiese ins Stolpern gekommen, hingefallen, übereinander hergerollt. Am Ende ging der Krug zu Bruch und dann wurde wohl nicht nur die Wäsche feucht, sondern auch die Wiese. Mede, meine Damen und Herren. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4, 5 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja. Ja, 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 ja.